Diese Ausstellung will das Verständnis fördern, wie Forscher Zusammenhänge erkennen und formulieren. Wie sie in geeignete Form und in geeignete Fragen unsere Natur erforschen, aber auch in Frage stellen. Und unsere Natur gibt ja ihre Regeln nur sehr zirkerlich preis. Diese Schau ist ein wichtiger Beitrag, der Forschung in unserem Land Gesicht zu geben. Was Wissenschaft will, was sie kann und wie sie im Einzelnen funktioniert. Ganz besonders freue ich mich. Rückhaltende Politik dafür zu finden, dass Wissenschaft als Wissenschaft funktioniert. Auch im Bereich der Grundlagenwissenschaft, auch im Bereich der nicht anwendungsorientierten, sondern sich auf die Grundlagen unserer Gesellschaft. Vielen Dank. Vielen Dank.